Yo Leute, was geht ab? Wir spielen Pummelparty, anscheinend hat Master jetzt auch schon Go gemacht. Let's go! Moin! Was geht ab, Pieps und Party People? Yes, 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 man! Ich helfe jetzt einfach mal so wieder neuen. Was war das jetzt für ein Herr und dann ist er einfach wieder weg? Ja, egal. Komm, Richtungswechsel. Damit ich direkt das Ding da smicken kann, Kappa. Yo, Silas hat sich die Nice-Night-Mann gezogen. Dann brauche ich auch mal ein paar Felder hier. Kappa. So ein D-Day-3. Komm, gib mir ein geiles Geschenk, Papa. Yo. Nimm da mit. Da wird der eine oder andere weggeschootet mit. Let's go. Wo lang gehen wir denn? Anscheinend sind wir da. Ich sage nach rechts. Ja. Denn man geht immer nach rechts. Ah. Das sind ja zwei gute Optionen, auf jeden Fall auch mega gut. Wie viele Schritte kann ich denn noch gehen? Naja, man sieht's gut. Eins, zwei oder eins, zwei. Ja, wir gehen hier lang. Ich muss erst mal wieder rausgehen, so. Au! Besser ist das. Gönnt's euch allen. Ja, aber wir waren halt schon dran. Yes, man. Mein Lieblingsgames. So, wie doch der Planer, der Panzer. Digger. Nein, man. Hä? Du hast einfach früher gestartet als ich. Jo, er backt richtig rum. Ähm. Jo, wir sollten mal vielleicht auf Silas gehen, Alter. Der da oben einfach chillt. Der, der Börlern war doch komplett weg. Der Börlern war doch komplett darunter. Ja, Chancengleichheit. Das bin ich, das bin ich. Nein, das war doch echt. Jo. Ich hab mich halt, Digger, ich bin so dumm. Ich hab halt selber weggeschossen, ne? Easy, easy. Ich hab einfach mich selber weggeschossen. Ich bin so, der Mann. Komplette Farben. Easy, piece, lemon, squeezy. Man hätte halt auch einfach weiter chillen können, aber... Ne, Mann. Ne, neun. Digga, es war einfach, die Farbenblindheit war einfach leider da. Hm. Komm, mach's, Marcel. Was soll ich denn machen? Weiß nicht, ihm irgendwie Schaden zu fühlen. Aber warum denn? Deshalb wieder richtig unfair. Warum denn unfair? Ja. Bringt er halt mir auch nichts, aber... Weil er halt trotzdem noch genug Schlüsse hatte. Mit der nächsten Runde eh halt. Ja. Und weil ich keine Items hab. Sonst hätte ich noch mehr Schaden gemacht. Und Schlüsse abgezogen. Ja, vielleicht sind wir ja noch vor ihm dran. Weiß er nicht. Könnte es noch vor mir schaffen, auf jeden Fall. Nein, Mann. Komplettes Span. Also Marcel denn wieder. Wie war er jetzt nochmal saugen? Links klick? Wenigstens. Ja. Alter vier. Äh, funny. Ah, ja, er ist halt wieder bei mir. Digga, du bist bei mir. Jo, ich hab die Treasure gefunden, alter. Digga, ich hab noch nicht eine Sache wieder gefunden. Digga, die war halt einfach... Wer auch immer hier bei mir ist, die war einfach hinter dir. Die war einfach unter dir, Digga. Und du hast sie einfach komplett gemisst. Digga, ich hab immer noch nichts gefunden hier. Die Wand. Boah, ein. Das ist halt so komplett RNG wieder. Jo, Silas, was geht ab? Ganz wild hier, ganz wild hier. Digga, ich hab sogar mega viele Punkte, alter. Digga, ich hab acht, alter. Ja! Ist ja richtig knapp noch gewesen. Mhm. Ich glaube, diese Runde wird nix sein. Doch, er macht ne Eins. Ich spür's einfach. Ja, aber dieses Game generell ist irgendwie... Öffnen! Ja, geil! Ich spür's. Ja, geil, geil, geil! Ja, wenn Chris halt zweimal Erster wird, dann weißt du schon, dass die Runde halt nicht gut werden kann. Mhm. Autsch, das könnt ihr euch aber hier snacken, oder? Ja, noch ein bisschen moven. Äh, ja, ich geh nach links. So. Ich krieg wieder ein paar Keys. Geil! Items will ich halt auch einfach gar nicht haben. Ah, komm, nimm noch den Maneten. This is so sad. It's sad, ne? Autsch. Autsch, man. Hörts. Komm, geh nach links. Wahrscheinlich. Digga, wenn jetzt die Kiste irgendwie in Timbuktu landet... Oh mein Gott, alter. Wenn ich jetzt noch dreimal sterbe, wieder. Da war ich richtig. Dann bist du schon ein bisschen höher, du wirst du sagen, ne? Ah, was nehmen wir denn heute? Hm. Jetzt für ein Bier... Bier... Ein Bier... Keine Ahnung, wie man das sagt. Biereskin. Ein Bier... Ein Biereskin. Biereskin. Ein Biereskin, genau. Hä, was ist das? Jo, das hat man noch nie, ne? Geil, 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 geil. Alter, da fällt man doch schon ein bisschen. Ja, der kommt... Nicht der Kometmeister, Digga. Der Parcoursmeister, würde ich sagen. Das liest noch ganz ausführlich? Ja. Ne, ich hab... Also ja, ich hab gelesen, aber eine WhatsApp. Digga, mach doch einfach, go! Ich muss ja... Ich hab das Spiel noch nie gespielt, sorry. Schlechter YouTuber. Ist so, Digga. Was für hä? Was für hä? Hast du dieses Minispiel schon mal gespielt? Äh, ne. Ja, guck. Schon. Sehr oft. Papa. Oh mein Gott, so close. Nein! Hä? Oh mein Gott, ich bin auch gestorben. Ah, Leute, die sind... Digga, wie schnell gehen die wieder weg? Nein! Warum ist das so eine übelste Weihnachtsmucke? Ja, komm. Hier, gut, es war richtig knüpft. Nein, ich bin auch daneben. Ich aber auch. Nein! Wenn man so eben... Hä? Nein, man hat halt ganz komischen Speed wieder hier drauf. Äh, ja, als ob. Beziehungsweise manchmal hat man so gar keinen Speed in den. Digga, das ist dieses andere knapp hier. Nein! Nein! Oh mein Gott, Digga, wie knapp, Alter. Aber nur, weil wir halt schlecht sind, Alter. Nein, Mann. Ja, ich bin halt auch mies schlecht. Das ist halt, weil ich in der Luft lenken will, aber das geht halt hier nicht. Ja, das ist halt ganz komisch, auch. Was ist denn jetzt los? Warum läuft die wieder zurück? Nein, weil wir nichts zu tun haben. Nein, nie beendet! There it is again! Nie beendet! Oh, Mann. Gib mir die... Die Aubergine, oder? Die Aubergine, Alter. Die Aubergine. Hm. 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 Nö. Dein einziges Geschenk wäre jetzt auch nicht so smart, wo ich sage. Würdest du das? Ja, hab ich auch. Ich nehme mir noch ein paar mehr von diesen Feldern. Da muss ich Silas jetzt mal wieder richtig leise machen, Alter. Oh. Wenn man da mal schreit, wie so eine... Ah, warum auch immer. Ja, gerade in den Witz rumschreit. ...und dann sagt er nichts mehr. Komm, nimm jetzt, Silas. Was soll ich denn gerade sagen? Das ist auf einmal richtig leise, Alter. Ja, jetzt wirst du schon wieder laut, Silas. Wo ich nicht gebrüllt habe. Jetzt wird man nicht frech, Silas. Silas wird halt langsam erwachsen. Der muss immer rumbrüllen, um seine Meinung zu vertreten. Ist halt so, Digga, wie so ein richtiger Familienvater. Hm. Der wird dann auch später gerne mal die Faust benutzt, falls das Kind nicht gehörig ist. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Nein, nicht die Scheiße hier, Alter. Ich nicht. Kann man das zu dritt spielen? Nee, also das... Das bricht jetzt einfach ab, das Spiel. Es crasht jetzt, sagst du. Nein, nimmst doch. Ganz würde Nummer. Hä? Er nimmt's halt wieder von mir. Als ob er schon vier hat, Digga. Digga, das ist so ein neues Spiel. Ja, wo denn doch von Silas, du Mungo? Hä? Jetzt müssen wir wieder von Chris nehmen. Digga. Ist halt richtig gut wieder. Digga, sie teamen halt anders. Was denn? Digga, Chris halt... Hä, Digga, das ist halt genau wie ein Shaleshock. Man kann halt immer nicht nur auf Heim gehen. Also nicht auf beide gleichzeitig. Doch, ich kann... Ich hab's auch gemacht. Ja. Soll ich immer abwechselnd machen, oder was? Ja. Du machst halt immer so, dass halt... Ganz weird, Digga. Ja, aber smart ist es auch nicht, wenn halt... Wenn der eine vier hat und der andere... Ja, eins gegen eins ist immer scheiße. Nee. Doch. Und dann kann man wenigstens Ehrenwert spielen. Yo, what up, boys? Nee. Ah, oh nein! I'm dead now. Äh, ja, würde ich sagen, ja. Was soll denn der Scheiß jetzt? Yo! Wo lande ich denn? Ich lande einfach komplett in Timbuktu. Aber es eigentlich ist ja auch Chris der Bombe, weil er hätte einfach... Ja, okay, er war so oder so als Erster, aber er hätte halt auch der Erste, Erste sein können. Hm. Warum? Ja, weil du eins von Silas noch hättest nehmen können. Anstatt von mir. Ich hab doch das Letzte sogar von Silas genommen. Deswegen hat er nicht... Deswegen ist er nicht Erster gewonnen. Deswegen bin ich noch Zweiter geworden, weil wir dann Gleichstand hatten. Ja, aber du hast... Du hast... Als ich eins hatte, hast du noch das Letzte von mir genommen. Anstatt eins von ihm noch zu nehmen. Wo man halt einfach immer Doppelsprung machen muss. Warum auch immer. Wo man irgendwann dann einfach stirbt, weil man nichts machen kann. Ja, ich bin der Tor. Ja, moin. Hey. Hallo. Ich hasse es einfach. Digga, ich hasse es. Was ist denn mit dem... Nein, als ob... Hä? Boah, wie bin ich Zweiter geworden? Indem ich halt komplett reingesuchttrückt hab. Autsch. Ja, komm, gönn dir die Tor. Eins, zwei, drei. Er hat doch nicht die Keys, oder? Hat er die Keys? Weiß ich nicht. Habe ich nicht darauf geachtet? Hat er nicht. Oh, ihm fehlt einer, aber... Warte mal. Er kann sich kein Snacken. Ah, das ist... Das ist so smart. Und jetzt eine Drei. Digga, ganz knapp. Nimmt er halt mit. Das war nach der Kuh, Alter. Pssst. 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 Sonst so, Jungs? Wie geht das Training voran? Ja. Leute trainiert? Auf jeden Fall nicht. Am Wachsen. Ist nicht gut. Christi ist nicht gut. Heute ist Sonntag, Digga. Hä? Triniert man dann? Also ist das so ein genereller Trainier? Hier bei dir immer noch. Puhetag. Sagst. Dann kannst du das so machen. Hm. Fraglich. Und ich diese Kacke meine wieder komplett RNG ist. Das hat auf jeden Fall Bock. Oh, warte mal. Ich bin noch lost. Ich hab mich wieder nicht... Man, ja, zweimal ist es wieder bei Sylas gespawnt. Ganz weird. So ein dummes Spiel, ne? Alter, als ob er direkt in ihm drin spawnt. Ich hoffe, dass er mal hier unten links spawnt, weil er da noch nicht gespawnt ist. Nein! Der Ecke, aber... Ich kann nicht eigentlich... Immer noch... Ich war nicht am wenigsten. Nee, das ist halt mega schwer erkennbar, wer der Erster wird. Also halt nicht erkennbar eigentlich. Ja. Also, du müsstest auf die Punkte achten, aber... Ich finde, dass du das eine Rockheit bekommen. Ja. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, gucken wir mal so ein bisschen... Sondern trotzdem so ein, zwei Schritte. Schon der eine oder andere. Oder auch zwei andere. Aber man macht's einfach mal. Man hat da nichts zu verlieren, ne? So. Ne, mega. Ne, ich die Rakete. Hm. Äh, jetzt einen neuen? Könntest du vielleicht... Jetzt den Justin machen, natürlich. Der Automat, der macht halt immer wirklich so. Das ist halt richtig schlimm. Sehr saftig knackig. Was haben wir denn? Das sind Kaktusse. Na komm. Macht sich hier doch gerade gut. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele also das schlecht ist immer relativ aber es schmeckt nicht so geil alterne 2 geil über zickhafte konsistenz oder übel schwamm ich ja ah yes ich dachte manchmal ob das jetzt bis ganz zurück move oh no oh no chris und ich wir fehlen immer gleichzeitig körper man nein komm jetzt nicht verkacken den jungen wird heimlich geübt ich hab einfach wieder den maximalen kocken gebraucht chris botten ein bisschen breiteren ja bbc halt man ist netzlos ja ganz knapp ganz knappe geschichte oh damn ich habe magnet bekommen da das ist nicht nah genug dran kaktus hier einfach an mir vorbei digger als gibt's kein worum äh marcel is you ok ok sei ich smart ich sehe das wird es halt so oder so wieder gehen ich sehe es halt schon ich sehe es halt auch schon nein mann warum denn warum denn nicht alter dank für die schlüsse soll ich den nie einsetzen oder was ja hast ja recht das geht mal heute nicht auf die geschenkemasse schon sehr ehrenwert dass man auch einen bekommen hat lol ist ja auch nicht so aber gut nachher waren ja eh keine schlüsse maus also leider hat das maus auch noch nicht und ich ja das kommt auch immer einfach diesmal aber diesmal gehe ich nicht auf epic games und dadurch wie kann der link in dem video eigentlich halt die meisten punkte haben aber die ganze zeit kohlen fangen da fängt die ganze zeit kohlen was mit dem machen alle halt die ganze zeit kohlen ach so wie schlecht sind die ja okay okay ja jetzt bietet es halt richtig los komplett am konzentrieren man kann halt nicht reden ja nein oh mein gott man weiß halt immer das gleich dann so dieses kohle gesteckt ich hab halt gar nichts gedrückt als ob ich letzter geworden bin alter ja ich habe diese beiden schnellen sogar beide bekommen aber eins habe ich nicht bekommen weil mein ding und die zweimal gedrückt hat was ganz so wird gerade gewesen dann dachte ich hatte jetzt die sie gewonnen muss ja offensichtlich habe ich mich da geirrt haben wir dann und hat christ aber auch nie schlüssel ich habe halt wirklich nie schlüssel weil ich die halt immer wieder verliere weil halt der fokus immer auf mir liegt so ein ding ist das nämlich seit wirklich zu mal sie das hat ja okay er hat da halt auch 70 schlüssel deswegen hat halt immer noch also das wieder 40 schlüssel wenn ich gerade eine mini game die rote war anders ich hasse auch dieses mini hier mittlerweile das kommt richtig auf die gleichen sommer neue patches kommen mit neuen games als ob ich direkt überfahren aber es ist die bekommen hat einfach mich also die kommen aber nicht da kannst du nichts machen ja ist aber mein gott ich bin einfach wieder ich habe einfach es gedrückt bricht das man muss ja wieder hin und hat halt eine kleinere ladung dabei ich nicht schlechter spiele überfahren nein 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 auf ihn geachtet ob ich auch nicht oh mein gott gibt es kein gold nein nein optimus prime kommt einfach nicht abgeladen die musik ist ja anders in zählen dabei oh mein gott so close ist nicht gut diese runde ist nicht das schaffe ich doch nicht mehr 17 16 15 alter dieses andere hier ist so warum da nicht so viel gold war weil ich müsste gezielt gesnackt habe so ein ding ist es das ist ja das auf jeden fall schon gesnackt bevor man loslaufen konnte ihr wurdet überfahren wenn ich nicht ich mir das dann gesnackt ich meinte ganz am anfang das ist dann noch gespawnt kommt dann komme ich nicht auf euer feld neben haben wir alle neuen gewürfelt oder das geschenk ich habe kein kammer das weiß ich weiß halt auch mal nicht ob das wirklich so funktioniert jetzt war magnetiker ich habe noch eine schotter kann ich euch damit weiter weg nein da bin ich ja wieder sehr schlecht das heißt ja das ist nicht meiner meine ist es auch nicht aber ich kann halt auch nicht die kaufen so nix ist die musik ist halt anders in zählen oh mein gott fast nicht klingt es fühlt sich auch an dass diese pressure hier gerade die ist halt einfach anders laut ist irgendwie viel schwerer als vorher heute die musik ist richtig ist egal die man so viel gedrückt Ich sollte Guitar Hero Main werden, oder wie diese Scheiße da hieb Ja, Guitar Hero, Digga Fick doch die Hände 92 Ich bin's, Tim Ich bin richtig, ich bin schlechter drin Ich kann nicht mehr als Chris rauben Ja, weil ich halt richtig reingesuckt hab Ich hab halt absolut ab und zu mal nicht gehittet Ähm Natürlich Wollte testen, ob ich beide hitten kann Okay Dann beende doch das Game Ich hab's auch nicht von ausgegangen Autsch Unlucky live Geil, danke man Ähm, weil Unlucky einfach Platsch Aber halt trotzdem Smart, weil Chris Zweiter war Ne, du warst weiter Ja, ich war letzter Sonst würde Chris jetzt ja dran sein Zwei EQ Das macht doch einfach, komm Fünf, sechs, sieben, acht, neun Ich brauch halt direkt neun Nimm die neun mit Was hittet doch noch Es geht doch dann einfach wieder nur darum Wer zum Minispiel gewinnt Oder wenn du neun hast Ist natürlich auch erstmal eine andere Sache Und Oh Kritisch Ah, ich bin dann mal hier drüben Geil Ich hab halt keine Keys Ich verliere halt alle Keys Es ist halt nicht fair Er hat die neun Ich hatte halt Die neun noch verdient Ich hatte ne fünf, sechs gehabt Digger Richtungswechselkappe Dann hättest du, glaube ich, ne fünf, sechs gehabt Nein, nicht die Kacke, man Ihhh Dann musst du halt eigentlich mich fokussen Ja, aber dann rollt man doch einfach vorbei Oh mein Gott Komm, verpiss dich, Alter Ja, warum hast du halt mehr Power Ja, weil ich mehr Anschwung hab Ah, jetzt da runter, Minium Na, boin, Digger Ich bin doch so lost, Alter Nein, nein Ja Ja, Junge, Alter Digga, du hast halt diesen perfekten Winkel, der oft gehabt, Digga Du hast halt überall gejupt, wo ich dodgen wollte Ah, noch ne Round Ja, ihre Ehre Pause, nein Hey, was war das wieder? Ja, aber was war das für eine Power wieder? Nein, Sila, stop it Oh, Mann Digga, Mann, ist das halt so random Diese Power wieder verteilt wird Danke, Mann Was ist mit ihm los, Alter? Ja, gern geschehen, Allah Jetzt holt ihr dieses Scheiß begonnen, oder? Ja, mach es, Silas Do it Use it Jetzt nur 0 gewinnen können Nice, die Route ist noch nicht over Weiter geht die wilde Fahrt Aber diese Chris Stärke war halt nicht fair Beim letzten Push Das sind ja nur noch drei Runden, Allah Uh Dann Gleichstand Aber dann halt, wer mehr Kies hat Digga, ich kann mir die Kiste doch jemals leisten Auf dem Wasser Digga Das wär jetzt so dumm jetzt Ah Nein, er nimmt doch safe diese Bombenkacke 100 Pro hat es genommen Oder ich kann ja nach links gehen Dann hätt ich auch einfach dieses Rending benutzen können, oder? Ja Hättest du machen können Hä, bin ich dumm, Alter? Ja Hab mich auch schon gefragt, warum du das Präsente genommen hast Ich dachte halt, ich kann da nicht nach links irgendwie Naja, dann hätt ich einfach easy gewonnen, Alter Naja Hab ich noch irgendeinen geilen Gegenstand? Ja Da, Abos, Blöder Kannst du mich nochmal wegficken Mach ich jetzt auch Oh, schau Sehr geil, das ist richtig close, Alter Jetzt sag nur Jetzt muss ich mich mental noch vorbereiten, weil ich weiß, was jetzt kommt Und es ist nicht das Bomben-Ding Ist das dieses Nein, Mann Das ist doch aber auch wieder nur Lack, Alter Ja, aber die anderen exklusive Kacke ist halt auch richtig Kacke Wenn man wieder einfach eine Phase hat Jo, das hat uns aber weggesäbelt Sag mal, die Kamera hier richtig einstellen Jo Ja Wahrscheinlich Nein, das hat mich fragt Hä, hä Hä, es hat mich einfach Digga, es hat mich ja nicht getroffen Jo, jo Wer ist denn der Ich schaue doch immer Als ob du schon so übelst weit gekommen bist Ja Digga, man kann halt über die Sachen nicht rüber, John Sagt bei dir und wer es macht Jo Mann, ja Jo, wie weit kommt ihr denn? Macht das Ding ja noch zu Ende, Alter Nein Er ist vor mir Nein, ich wurde noch weggefickt Ist halt for real so Ich bin einfach hier oben, Digga Ja, ich war halt die ganze Zeit direkt hinter dir Ruf Aber dann hat mich eins geltet und dich nicht Ja, manche Das war halt letztes Mal mit Keanu, Oster, Digga Das ist halt komplett Lack Da kommt manchmal einfach dann nichts Jo, ich kann meinen Rekord noch mal toppen Ganz fiese Nummer hier Ja, da am Ende ist halt komplett freie Fahrt Braucht denn eine 4? War doch irgendwas Die Rockett Mach ein Geschenk Nein Ja, Hiddin Yes, man Frag mich halt immer, warum alle auf mich gehen Hä Oh nein Jo, der Fäbter Wer ist der Sieger? Ich bin der Sieger Wer ist der Sieger? Yes Das hässlige Mundgulasch Ich bin mal wieder auf dem ersten Platz Ich bin jetzt einfach mal wieder Eine richtig, richtig geile Round-Pummel-Party Nie beendet Nie beendet, Digga Ja, ja Da lebe ich hoch, Digga Und zeige meine Achseflecken Meine Achse-Dingen Buschhaare, Digga Die auch, aber Wer so die Schweißflecken Nice Bis dahin Adios Tschüss.